Ihre Grund, bitte glaubt noch lange, glücklich und gesund. Dich so froh zu sehen, ist, was uns gefällt. Dein Blitz ist schon genug auf dieser Welt. Dein Blitz ist schon genug auf dieser Welt. Wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie schön, dass wir Heusammen sind, wir gratulieren dir, dass das lebt. Dein Blitz ist schon genug auf dieser Welt. Dein Blitz ist schon genug auf dieser Welt. Und jetzt machen wir drei Gruppen. Und wenn das klappt, dann melden wir uns mal wetten das an, okay? Und jetzt sagst du entscheiden, möchtest du in der Gruppe 1 oder in der Gruppe 3 sein? Gruppe 3. Ja, dann fängt der Lukas an, der Kiara ist selbstbewusst, das ist toll. Lukas fängt an, dann kommt die Zita und dann kommt die Kiara, okay? Gut. Alle bereit? Gut. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4. 4, 5. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4. 3, 4. 4, 5. 4, 5. 4, 5. Vielen Dank.